Wow, 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 das tut sicherlich weh für den einen oder anderen, zumindest mal, der ein Bullenherz in sich schlagen hört. Das, was der DAX im Moment da gerade tut, ist ein ziemlich klares Zeichen, nämlich für die Abwärtsseite. Die Unterstützung, die wir mehrmals angesprochen haben, hat der Markt offensichtlich nicht ernst genommen. Das hatten wir ja schon vermutet, nachdem, wie sich das hier ergeben hatte, dass das alles keine starken, keine deutlichen Bilder sind nach oben. Im Gegenteil, die Marktteilnehmer hatten die Chance für einen Dreh, Unterstützungsniveaus bieten regelmäßig die Chance auf den Dreh. Es ist aber spannend und relevant zu gucken, ob die Marktteilnehmer das wahrnehmen wollen oder eben nicht. Darüber haben wir gestern schon gesprochen, das sieht ganz klar aus, als ob sich das jetzt damit tatsächlich bestätigt und damit auch das nächste Tief, was wir ja hatten im März, Anfang März, nochmal in Angriff genommen wird, nämlich bei 12.430 in etwa. Das würde mich zumindest nicht wundern, denn Märkte lieben es, alte Marken zumindest mal so ein bisschen zu unter- oder zu überschießen. Wir sehen das hier nochmal so ein bisschen, hier immer so ein klein bisschen, da nochmal ein bisschen höher, dann aber der Dreh hier ein bisschen höher, dann der Dreh. Okay, ja, es ist nicht immer so, manchmal ist es auch, wenn er hier irgendwas überschießt, dass er dann ein gutes Stück erst nochmal läuft. Es ist aber sehr regelmäßig, das merkt er einfach, mal sagen, guck mal, dann gehen wir da mal einmal tiefer als das Tief hier. Ihr müsst das nur grafisch jetzt, ihr müsst gar nicht die Levels, das ist hier im Wochenchart. Das ist mal kurz drunter und danach wieder drüber. Aber dementsprechend wäre es hier auch sehr realistisch, das ist kein Versprechen, dass das passiert, aber sehr realistisch, dass der Markt, ihr seht das hier, das Tief von Anfang März hier nochmal durchstößt und zwar von oben nach unten. Und dann wird entschieden, ob der Markt dann sagt, oh, jetzt sind wir hier, jetzt können wir auch gerade weiter. Die Gefahr besteht natürlich, also das 8000er Bild ist nach wie vor nicht vom Tisch, sondern es ist nach wie vor absolut präsent und durch dieses Szenario deutlicher geworden. Wir wollen aber nicht so sehr im Langfristigen jetzt argumentieren, zumindest mal nicht an diesem Update am Nachmittag zu den Indizes. Wir wollen mal schauen, wie sieht es aus beim DAX, der ist im Moment zumindest mal seit 13.30 Uhr in etwa wieder in der Aufwärtsbewegung, also zumindest mal nicht ganz Drama-Modus mehr, was jetzt das für den Nachmittag angeht, ist das eher eine stärkere Richtung. Also wenn ich so ein bisschen vergleiche, ich mache das mal groß hier, damit ihr es besser erkennen könnt, diese Bewegung hier hoch, ganz anders zum Beispiel als diese hier, seht ihr das, wie stark er hier gewackelt hat. Das ist eine sehr wackelige, oder hier dieses hier, das ist so eine Art dreiwillige Bewegung. Wenn ihr mal diese beiden vergleicht, das passt alles nicht. Also wir haben hier gute Ambitionen für nach oben. Das ist allerdings erst der erste Teil. Manch einer wird sagen, aber hatten wir hier doch auch. Ja, aber das ist ja kein echtes Tief. Der Kurs kam schon von hier. Hier ist es aber ein echtes Tief. Der Kurs kam von oben. Also insofern hätte das den Charakter einer ersten starken Aufwärtsbewegung. So weit, so schön und so gut. Und wenn jetzt der Kurs hier mal eine Pause einlegt, also quasi sowas hier, nur umgekehrt. Also hier ist er steil runter und wackelig hoch. Wenn er das hier jetzt umgekehrt macht, wackelig runter, dann hätten wir tatsächlich eine sehr realistische Chance, dass wir das von vorne dahinten nochmal bekommen. Jetzt vorsichtig. Ich kann euch natürlich nicht sagen, macht ihr das in den nächsten Minuten. Es ist genauso denkbar, dass er sagt, naja, jetzt sind wir in Bewegung, jetzt machen wir das noch weiter. Aber nachdem er diese Bewegung gemacht hat, nachdem er dann das Zwischenhoch oder von mir aus auch dieses ABC durchstoßen hat, dann wäre diese Richtung die sinnvollste. Achtet darauf, dass das korrektiv, also dreiwellig oder wackelig ist und achtet idealerweise darauf, dass das irgendwo, je dichter es in dieser Box liegt, desto besser. Es darf ein bisschen drunter, es darf auch ein bisschen drüber, aber in der Größenordnung in etwa liegt, dann ist das ein ganz gutes Zeichen, dass diese Korrektur eine echte Korrektur dieses Anstiegs ist und das würde diese Chancen erhöhen. Also das, was ich jetzt im Nachmittags-Chart heute hier wahrnehme beim DAX Future, in dem Fall September-Kontrakt, muss ich sagen, finde ich das kurzfristige Bild erstmal mit einer ganz guten Chance, dass wir mal ein bisschen nach oben gehen. Das klappt nicht immer, aber die Chancen dafür sind relativ groß, insbesondere wenn es da sehr wackelig runter geht. Da wird sich der Markt sicherlich auch sehr daran orientieren, was die Amerikaner machen und die sind da noch weitaus weniger begeistert, was das angeht. Ihr seht, ich habe hier ein ähnliches Bild, allerdings hier auf Tagesebene, das ist eine Nummer größer, eben hatte ich das im 5-Minuten-Chart beim DAX. Das wäre optisch das Gleiche beim amerikanischen Markt auf Tagesbasis. Wenn ich hier jetzt so ein bisschen Intraday reingucke, der Rücksetzer ist schon ganz schön tief und damit wieder überschneidend mit dem. Das heißt, der ganze tolle Schwung, den wir hier vielleicht haben, je tiefer der runter geht, desto mehr wird der kaputt gemacht. Ihr müsst euch immer überlegen, es ist so ein bisschen der Ausgleich zwischen denen, die ganz toll und optimistisch und positiv denken und denen, die sehr zurückhaltend sind und alles doof, die Welt ist doof, da kann man nicht mehr drauf vertrauen und so weiter. Je mehr Überschneidungen sind, desto mehr haben sich die, die pessimistisch sind, durchgesetzt. Je mehr sich die Pessimisten durchsetzen, desto weniger wahrscheinlich wird der Anstieg. Es ist nicht, dass der Chart uns das vorhersagt, sondern es ist, dass wir erkennen können, ob die Marktteilnehmer Bock haben oder nicht. Und das ist wichtig, denn die Marktteilnehmer müssen auf Nachrichten reagieren. Wie zum Beispiel heute die Arbeitsmarktdaten. Wir hatten schon Arbeitsmarktdaten heute Morgen in Deutschland. Da haben wir eine deutliche Erhöhung. 5,0 war erwartet, 5,3 ist es geworden. Wir haben die Initial Jobless Claims beispielsweise, die etwas stärker ausgefallen sind. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Und wir hatten auch andere Daten, wie jetzt hier den Price Index hier. Das ist für die Inflationsüberlegung natürlich ganz wichtig. Das ist ja noch einigermaßen entspannend, wenn wir das hier angucken. Vorsichtig, das sind nur die Kernraten hier, aber Indikationen bieten die natürlich ebenfalls. Das ist klar. Also es sind natürlich diese Marktdaten, die den Markt bewegen, aber sie werden sie so bewegen, wie die Marktteilnehmer gerade ticken. Und wenn eben die Oberhand von den Pessimisten eingenommen wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Optimisten sich nicht dagegen zu wehr setzen wollen oder können. So, und jetzt gucken wir uns mal diesen letzten Verlauf an. Wir wollen ja intraday heute was wissen, was da passiert. Wir müssen nicht jeden Tag das übergeordnete Bild neu sortieren. Ganz kurz nochmal zur Orientierung. Letzter Schub runter. Das war offensichtlich eine Wackelpause. Und anschließend nochmal eine Fortsetzung. Ob man das jetzt sinnvoll nutzen konnte, ist eine andere Geschichte. Ich hätte es mir eher gewünscht, wenn er ein bisschen höher noch gegangen wäre hier. Da war er relativ harmlos aufgegeben. Wir können es mal kurz messen, damit das Auge sich ein bisschen an die richtigen Größenordnungen gewöhnt. Ihr wisst ja, ich hätte es eigentlich am liebsten hier. Daran seht ihr aber auch, das muss nicht passieren. Es ist halt statistisch am häufigsten, dass vollwertige Korrekturen einer starken Bewegung, wenn sie vollwertig groß sind, da irgendwie reinlaufen. Und dann ist zu erwarten, dass sich das nochmal da hinten in gleicher Größe fortsetzt. Er hat es jetzt heute oder gestern offensichtlich etwas kleiner gestaltet und läuft trotzdem nach unten. Das geht natürlich auch. Es ist halt statistisch etwas weniger typisch. Und deshalb, ich gucke immer, dass es idealerweise möglichst abgesichert ist durch die Statistik. Weil dann liegt man tendenziell eher auf der richtigen Seite. So, was sehen wir jetzt hier? Die Abwärtsbewegung verliert offensichtlich am Schwung. Das sehen wir an den vielen Gegenbewegungen mit Überschneidungen jetzt hier. Das Ganze, da muss man schon sagen, okay, so richtig Schwung ist nicht mehr da. Offensichtlich fängt er hier an, so ein bisschen auszuflären, wenn man das so will. Das ist auch alles gut so. Aber wir sehen, Stärke ist noch nicht da. Hier war die Chance auf Stärke. Nur zur Orientierung, das war heute 13.30 oder 14.00 jetzt konkret beim Dow Jones. Und wir sehen allerdings, das ist gerade eben wieder komplett kaputt gemacht worden. Das heißt, die Aufwärtsüberlegungen, die wir hier haben, sind alles zarte Pflänzchen. Und wenn dann irgendwie ein Rhinoceros sich draufsetzt, dann geht das auch ganz schnell wieder kaputt. Achtet darauf, wenn es so gelaufen wäre, wäre ich extrem fröhlich auf der bullischen Seite. Aber wenn ich so viel, ja, das sieht gut aus, und so viel wieder weggenommen bekomme, dann muss ich sagen, noch nicht wirklich überzeugend. Also ich muss sagen, ich sehe eine baldige Chance, dass wir zumindest mal hier zu Ende kommen. Theoretisch ein bisschen tiefer wäre noch möglich. Das messen wir noch einmal richtig. Das können wir im 4-Stunden-Chart leichter messen. Da treffen wir die Kerzen besser. Wo haben wir denn Unterstützung? Machen wir mal so ein ganzes Konglomerat beim Dow Jones hier für Unterstützung. Die da oben brauchen wir nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr, da sind wir durch. Und da seht ihr, der Markt, der interessiert sich nicht zwingend für Unterstützung. Ja, hier. Das hat ihn nicht interessiert. Aber das ist doch eine Aussage. Wenn der Markt ein Angebot für einen Dreh bekommt und sagt, ist mir egal. Das ist doch eine Aussage. Die nächste Idee für eine Unterstützung wäre ungefähr auf diesem Niveau hier. Da oben, das hilft jetzt auch nicht mehr. Also ungefähr bei 30.490. Aber ihr seht schon, das ist ziemlich alleinstehend hier. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht auch symmetriemäßig hier irgendwie was hinkriegen. Ne, das wäre sogar noch tiefer. Und damit sind wir wieder im sehr niedrigen Bereich. Das heißt, dieser tolle Anstieg, wenn der wirklich bis dahin... Ne. Oh je, jetzt verhuste ich mich auch noch. Entschuldigt das bitte. Aber ihr seht, dass der Markt alles andere als in einer guten Stimmung ist. Im Gegenteil, ich sehe eine ganz gute Chance, dass das Ganze sich im Nachhinein doch als eine Korrektur rausstellt. Und dass wir hier sogar, wenn wir eher wackelig nochmal wieder nach oben gehen, die Fortsetzung nach unten. Und ihr seht, das ist manchmal erst im Nachhinein feststellbar. Ich meine, dass das dreiwellig war, darüber haben wir gesprochen. Allerdings hätte es ja noch eine kleine Korrektur geben können. Ich mache das nochmal einmal zurück, dass hier immer so ein bisschen die Alternativen so nachvollziehen. Es hätte ja auch eine kleine Korrektur irgendwie geben können. Und noch die fünfte, da hätte man gesagt, mein Schröder, das sieht doch super aus. So, aber das haben wir nicht gekriegt. Wir haben das bekommen. Das ist doch super. Also, vielleicht nicht, weil man jetzt gerade bullisch ist. Es ist aber insofern super, weil man erkennt, dass dieses blaue Bild, was ich hier gezeichnet habe, absolut unrealistisch ist. Der Rücksetzer ist nicht so klein, wie wir das da haben. Er ist halt nun mal groß. Und damit ist das bullische Bild, naja, ich will nicht sagen gestorben, aber schon sehr angegriffen. Und je tiefer dieser Punkt ist, je mehr der in Richtung 78er oder sogar da drunter hinaus, merkt euch die 30.115 dafür, kritische Marke. Wenn der Markt da drunter geht, vorsichtig, das sind immer die Future-Kurse hier. Das mag abweichen, wenn ihr auf andere Kontakte zurückgreift. Aber wenn er da drunter geht, dann sind wir genauso wie beim DAX auch schnell in dieser Gefahr und damit weiter in der Abwärtsrichtung. Also, keine so tollen Nachrichten. Aktuell, ich hätte jetzt gerne gesagt, Mensch, aber heute Nachmittag kann man noch so ein bisschen, ja, das geht ja einigermaßen gut, aber der sieht ja auch wieder scharf aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment finde ich das mega unattraktiv. Ich würde sogar eher sagen, dieses Abwärtsbild ist das, was im Moment relevanter ist. Und ob er wirklich dann bis hier drunter geht, ich halte das für sehr realistisch, dass das passiert, 17. Juni-Tiefs, dass das passiert, denn wir sind schon sehr weit runter. Also Short einsteigen, nein, Short steige ich dann ein, wenn ich hier wieder irgendwie was Wackeliges oder was Dreiwelliges nach oben bekomme. Das ist für mich immer, also ich brauche immer eine Korrektur in die Gegenrichtung, damit ich dann die Hauptrichtung wieder handeln kann. Die Hauptrichtung scheint abwärts zu sein. Der Teil fehlt allerdings jetzt noch, um mich da glücklich zu stellen. Nasdaq sehen wir nochmal, auch hier im 5-Minuten-Chart, Aufwärtsbewegung vom 30. Juni, heute 11.15 Uhr, der ist also ein bisschen früher im Tief gewesen. Aber wir sehen, auch hier haben wir viele Kursüberschneidungen. Das sieht doch schon wieder maximal nach einer Gewürgeaktion aus. Also auch hier muss ich sagen, ich finde das bullische Bild übersichtlich gut. Das heißt nicht, dass es heute Nachmittag nicht steigen kann. Das heißt aber, dass ich aufgrund dieses Bildes und der, die ich da eben gezeigt habe, keine sinnvolle Möglichkeit sehe, hier einen Lumpen zu platzieren. Das wird sofort anders, wenn wir irgendwie so ein Gebilde bekommen und anschließend mal eine Pause in diese Richtung machen. Das sehe ich aber jetzt noch nicht. Da kann ich jetzt noch nicht vorausgreifen. Denkt immer dran, Korrekturen sind sehr gerne dreiwellig oder eben mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung. Das sind so grobe Indiziengeber dafür. Ansonsten aktuell, muss ich sagen, sind die Indizes nicht perfekt auf Bullish gebürstet. Und um es sehr höflich zu sagen, sieht tatsächlich eher für schlechte oder für die negative Richtung aus. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute für eure eigene Handelsentscheidung. Achtet ein bisschen drauf auf die Triggermarken. Ein Short Trigger wäre vielleicht hier das Zwischentief. Hier nochmal bei 11.475 beim Nasdaq Future hier in dem Fall. Wenn er da unten durchgeht, wäre das für mich nochmal ein Zeichen, dass wir mindestens bis hierhin gehen, da das aber nicht die erste Korrektur ist. Ne, wir hatten ja hier schon vorher mehrere Korrekturen. Kann ich jetzt nicht sagen, dass er automatisch diese Länge nochmal macht. Das heißt, wenn er dieses hier, das letzte Zwischentief hier triggert, geht er auch da drunter. Aber wie viel weiter, weiß ich nicht. Ist unbekannt. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr so eine oder ähnliche Strategie fahrt, den Stop relativ eng hinterherziehen oder zumindest mal schnell auf den Einstieg ziehen, dass ihr aus dem Risiko raus seid. Noch schöner ist es natürlich, wenn er sowas irgendwie bastelt, dass man sagt, okay, daran kann ich jetzt was ablesen. Ich gehe hier schon Short, dann habe ich nämlich noch mehr Platz bis dahin und dementsprechend bessere Chance-Risiko-Verhältnisse. So, jetzt haben wir lange gemacht. Ich hoffe, dass es trotzdem passend ist für euch. Euch alles Gute. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Beitrag.